Wie kommentiert man eigentlich richtig PDF-Dokumente? Zunächst einmal die Frage, warum machen wir das Ganze überhaupt in PDF-Dokumenten? Zum einen kann es vorkommen, dass der Layouter eine Vorlage beispielsweise in InDesign erstellt und man das Programm selber überhaupt nicht hat, um Textänderungen vorzunehmen. Zum anderen kann es auch sein, dass man beispielsweise mit Word arbeitet, aber der Umbruch auf jedem Rechner ja gegebenenfalls anders ausschauen kann. Und deswegen nehmen wir an der Stelle einfach PDF. Wenn die meisten Leute PDF-Dokumente kommentieren, dann nutzen sie hier die Notizfunktion, die im oberen Bereich zu finden ist, nehmen sich einfach das Werkzeug, klicken irgendwo rein und verfassen einen Kommentar. Das Ganze ist aber für denjenigen, der es verfasst hat, ein bisschen schwierig, das nachher einzuordnen, weil das Ganze hängt jetzt in meinem Fall relativ lose mittendrin und der könnte gegebenenfalls ein Problem haben, die Änderungswünsche zuzuordnen. Deswegen diese Funktion bitte nicht für Textänderungen oder Ähnliches benutzen, Ein Vorteil hat das Ganze jedoch, und zwar was ich machen kann ist, ich kann einfach einen Rechtsklick auf dieses Feld machen und kann jetzt sagen, zeig mir mal die Eigenschaften an. Und das ist bei dem Notizwerkzeug nämlich ganz wichtig, das sollte man einmal am Anfang machen. Und zwar kann man hier reingehen und kann hier seinen korrekten Namen eintragen. Das heißt, ich nehme mich jetzt einfach mal Glas und werde ab jetzt als Glas kommentieren. Und damit das klappt, muss ich einmal sagen Rechtsklick und sage jetzt alle aktuellen Eigenschaften als Standard festlegen. Darüber kann man beispielsweise auch die Kommentarfarbe ändern. Das heißt, jeden Kommentar, den ich jetzt verfasse, verfasse ich als Glas. Raus mit dieser Notiz, die wollen wir nicht haben, denn wir wollen richtig das Ganze kommentieren. Und dafür nutzt man am besten hier in der Seitenleiste den Direkteinstieg in die Kommentarfunktion. Hier einfach auf Kommentieren einmal draufklicken und dann öffnet sich im oberen Bereich eine Werkzeugleiste mit unterschiedlichsten Werkzeugen zum Kommentieren von PDF-Inhalten. Und ich gehe jetzt mal die Relevanten für die Redakteure durch, das heißt für alle Textänderungen, aber auch für Layout-Anweisungen. Punkt Nummer 1, was wir machen wollen. Wir möchten etwas ändern im Text. Das ist so die Standardanforderung. Und in meinem Fall möchte ich jetzt einen Namen ändern. Und dafür nehme ich das korrekte Werkzeug. Und das ist hier oben die Notiz zum Ersetzen von Text. Einfach einmal anklicken, nehmen das Wortmarkieren oder den Satz, den ich ändern möchte. Ich markiere jetzt mal den Karl und lasse jetzt einfach los. Und dann öffnet sich automatisch ein Kommentarfeld. Und hier sage ich einfach, das ist gar nicht Karl. Das ist Peter. Und damit weiß jetzt der Layouter sehr genau, aus Karl wird Peter. Für die Übersicht und die Erkenntlichkeit gibt es hier in der Seitenleiste einfach für jeden PDF-Kommentar ein kleines Feld, wo immer geschrieben wurde, wann wurde das Ganze verfasst und was für eine Art von Kommentar ist das denn eigentlich. Die nächste Änderung, die ich natürlich noch machen möchte, ist gegebenenfalls auch Texte zu streichen. Und dafür gibt es hier im oberen Bereich auch wieder ein Werkzeug. Und zwar ist das das Werkzeug zum Durchstreichen von Text. Selbstprozedere. Werkzeug einmal anfassen. Den Bereich markieren, den ich löschen möchte. Und man sieht auch optisch, eine rote Linie wird durchgezogen. Das Ganze soll jetzt gelöscht werden. Und ich sehe hier drüben eben auch. Durchgestrichener Text ist wieder ein neuer Eintrag. Eine weitere Variante, die es natürlich noch gibt, ist, ich möchte Text ergänzen. Das heißt, hier möchte ich zum Beispiel am Ende von diesem Text einfach ein Satzende hinzufügen. Das heißt, hier fehlt der Punkt. Dementsprechend nehme ich das passende Werkzeug. Und das wäre hier oben in dem Fall Text an Cursor Position einfügen. Klick da einmal drauf. Gehe an meine gewünschte Textstelle. Da möchte ich jetzt hin. Es öffnet sich wieder ein Fenster. Und ich ergänze jetzt mein Ausrufezeichen in dem Fall mal. Ich mache das Ganze wieder zu. Und wie gewohnt, auf der linken Seite erscheint hier unser entsprechender neu hinzugefügter Eintrag. Das sind die drei Standardwerkzeuge für Anweisungen zum rein redaktionellen Ändern von Textinhalten. Ein Wunsch, der aber auch bestehen kann, ist, eine optische Korrektur vorzunehmen. Und in meinem Fall habe ich hier zum Beispiel am Anfang das Wort Einmal ein Kombo hingeschrieben. Das geht jetzt aufgrund der Farbe, finde ich, ein bisschen unter. Deswegen möchte ich dem Layouter einen Hinweis geben. Er möchte es bitte etwas optisch prägnanter herstellen. Und dafür nutzt man hier oben die Textunterstreichen-Funktion. Selbst Prezedere. Einfach auswählen. Wort markieren. Und das Wort wird entsprechend unterstrichen. Und wie wir jetzt im Seitenbereich sehen, steht hier einfach nur unterstrichener Text. Aber keinerlei Anweisung, was zu tun ist. Deswegen gibt es bei solchen Funktionen immer die Regel, bitte auch kommentieren, was gemacht werden soll. Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach einmal drauf. Und mein Kommentar an der Stelle wäre einfach, mach es doch mal fett. Und damit kriegt der Layouter jetzt an der Stelle die Information, den unterstrichen ticke, machst du bitte einmal fett. Das sind die vier Werkzeuge, die man für Textänderungen benutzen sollte. Man sollte auf keinen Fall die Notiz benutzen, aber auch den Marker würde ich tendenziell an der Stelle vermeiden. Eine weitere Anforderung, die es geben kann, ist auch in Bezug auf das Layout Kommentare vorzunehmen. Und das kann also sein, dass man sagen möchte, man möchte eine Position von einem Objekt ändern oder einen Bildausschnitt definieren und ähnliches mehr. Und dafür gibt es hier oben einmal die Zeichenwerkzeuge. Und wenn ich da reingehe, dann nutze ich für Standardvorlagen eigentlich immer die Textlegende, weil die relativ präzise ist. Ich zeige das einmal, wähle mir die Textlegende aus und jetzt möchte ich den Bereich hier unten kommentieren. Ziehe einfach hier an eine beliebige Position, wo der Kommentar stehen soll, meine Box hin. Kann auch noch Textformatierung vornehmen und sage jetzt einfach, das Ganze soll etwas dunkler werden. Damit kriegt jetzt der Layouter eine relative präzise Angabe, was denn dunkler werden soll. Man kann natürlich auch noch sagen, dass das Bild eben dunkler werden soll. Dann hat man das vielleicht auch ein bisschen genauer verstanden. Aber tendenziell ist auf jeden Fall mit diesem Pfeil sehr gut markiert, was das Ganze sein soll. Für Bildausschnitte nutze ich noch eine zweite Variante. Und zwar gibt es jetzt hier das normale Rechteckwerkzeug. Damit könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, das hier soll mein Bildausschnitt werden. Und wie auch eben schon gesagt, bitte kein entsprechendes Kommentarwerkzeug nutzen, ohne einen entsprechenden Kommentar dazu. Das heißt, hier sage ich jetzt einfach mal Bildausschnitt. Und dann weiß halt auch der Layouter, das Ganze soll später ein Bildausschnitt werden. So arbeitet man sich halt durch sein ganzes Dokument durch, kriegt dann hier auch eine entsprechende Übersichtlichkeit angezeigt. Man kann das Ganze natürlich auch noch editieren. Das heißt, wenn ich beispielsweise festgestellt habe, oh, dieser Kommentar, der ist hier falsch, dann kann ich den einfach anklicken und löschen. Und das Ganze mündet dann teilweise in solche Notizformulare. Die kann ich dann auch einfach wieder rauslöschen. Also je nachdem, wie ich es gerne hätte, kann ich mich hier auch neu arrangieren. Denn bin ich fertig mit meinen Kommentaren, dann kann ich einfach, und das auch im freien Adobe wieder, dieses Dokument inklusive Kommentare einfach abspeichern. Datei, speichern. Und jetzt kann ich einfach dieses Dokument, so wie es auf meiner Festplatte liegt, dem Verfasser zurückgeben. Das wäre eine Variante. Oder, was aber auch häufiger passiert, der nächsten Person weiterleiten, die das Ganze auch noch mal redigieren soll. Und auch dafür gibt es ein paar kleine Regeln. Regel Nummer eins. Jeder sollte natürlich seinen eigenen Namen benutzen. Das heißt, wenn jeder jetzt klar sei, kann man irgendwann nicht mehr unterscheiden, wer hat denn welchen Kommentar wann verfasst. Regel Nummer zwei. Alle sollten dieselben Werkzeuge benutzen. Das heißt, der nächste Bearbeiter sollte nicht hergehen und auf einmal einen Textmarker benutzen. Das verwirrt. Regel Nummer drei. Wenn etwas schon kommentiert ist, dann sollte man an der Stelle nicht einfach noch mal ein anderes Werk darüber nutzen, um es noch mal zu kommentieren, sondern einfach die entsprechend vorhandenen Kommentare benutzen. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach hier mal den Peter, den ich schon reingeschrieben habe. Und ich bin jetzt mal einfach der nächste Bearbeiter. Und ich sage, nein, der heißt gar nicht Peter, da hast du dich getäuscht. Der heißt Paul. Und der nächste Bearbeiter könnte dann auch wieder hergehen. Man kann das Reihe umtreiben, solange wie man will. Und kann halt sagen, doch, doch, er heißt wirklich Karl. Was der nachher endlich gewinnt, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber tendenziell sollte man versuchen, solche Kaskaden hier zu machen. Dann kann man eben nicht miteinander auch innerhalb eines Dokumentes vernünftig Dinge kommentieren. Auch bei solchen Änderungen dann am Ende wieder einfach die Datei speichern. Und wenn ich dann mit meinem kompletten Korrektur-Workflow durch bin, dann kann ich dieses Dokument dem Verfasser zurückgeben. Und der kann dann das ganze Dokument entsprechend umarbeiten oder einarbeiten. Welche Funktionen dafür genau genutzt werden können, das zeige ich in einem separaten Video-Tutorial. Ich hoffe, nun ist klar, wie man denn die Werkzeuge in Acrobat richtig benutzt, um redaktionelle Änderungen in Dokumenten mit PDF-Kommentaren kenntlich zu machen. Ich hoffe, nun ist das, wie man denn die Werkzeuge in Acrobat richtig benutzt.